Tolle Römer, meine lieben Freunde! Was geht? Willkommen ins REC zu einer neuen Folge von Let's Play Binding of Isaac AfterBash Plus. Mein Sound ist mal wieder viel zu laut auf dem Ohr. Und wir machen ein Judas Run Greedier Mode. Erneut. Mein Sound ist immer noch zu laut. Heidege, kacke ey. So, was haben wir hier? Äh, Hundefutter. Ähm... Nee. Und ich werde restarten, Leute. Ich werde restarten, bis wir ein gutes Item haben. Range Up brauche ich nicht, weil sonst war kacke ich in diesem Greedier Mode und das wäre schlecht. Das ist eigentlich sogar ganz gut. Hier willkommen Bomben. Ein schwarzes Herzchen. Können uns hier oben den blauen Stein sprengen. Mit vielleicht auch noch... Na, schade. Ich habe gehofft Geld in der Vase. Ähm, können uns das hier kaputt sprengen? Ich will die Spritze haben, auf jeden Fall. Huh! Das ist nett. Das will ich haben und dann gucken wir erst mal in den Itemraum. Zack. Curse of the Tower. Ich nehme es nur mit. Ich glaube, es war ein Fehler. Gucken wir hier rein. Zack. Spinnis. Geil. Spinnen sind doch immer was Schönes, oder? Oh Gott, oh Gott. Zack, wieder raus. Und... Los geht's. Okay. Dürfen wir hinkriegen, oder Leute? Ich bin... ...vollen Vertrauens, dass wir das packen werden. Hoffentlich zumindest. Wäre schon recht schön, würde ich sagen. Kackhofen, schön. Ich darf halt nur nicht oft getroffen werden. Aber es könnte auch sein, dass Curse of the Tower uns ziemlich den Arsch retten könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch eher nicht, aber... Es kann ja passieren, ne? Panama passieren. Oh Gott, ein Portal. Ist das dein Ernst? Okay, den haben wir. Komm schnell. Oh. Da werde ich fast... Ich wurde gerade fast getroffen, Alter. Oh, ah, 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 ah. Oh. Ja. Okay, haben wir. Was war das denn gerade für ein Geräusch, Alter? Oh Gott. Diese Spinne ist ewig schnell. Diese Spinnen sind übel anstrengend. Komm weg. Oh, danke. Danke. Nice. Oh, wir haben es überstanden, ohne getroffen zu werden. Alter, ich bin ja begeistert. Habe ich Geld schon aufgehoben? Oder warum liegt hier so wenig? Oh Gott. Okay, schön. Uh. Das lief eigentlich sogar richtig geil. So, wir holen uns die Spritze. Ein bisschen Speed und Damage ab. Noch mehr Damage. Oh. Ich will haben, Alter. Aber ich glaube nicht, dass wir noch genug Geld zusammenbekommen. Schade. Ah, aber dann besteht die Chance, dass die Spritze nochmal auftauchen wird. Komm, jetzt gleich irgendwie sowas wie... Oh, lolololololol. Okay. Nein, ich rack man, Alter. Ist das dein Ernst? Uh. Dass ich nicht getroffen werde, ist echt krass. Alter. Okay. Uh. Dass ich da nicht getroffen wurde, ist echt krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Springt er? Er ist nicht gesprungen. Noch nicht. Okay. Wir müssen erst ihn hier, Mega-Fretty, besiegen. Oh Gott. Aua, dass ich da getroffen wurde, war irgendwie klar. Oh, lolololololol. Okay, machen wir erst Rackman. Weil der ist, glaube ich, gleich tot. Ja, ich glaube, der ist gleich tot. Einer von den beiden ist gleich tot. Die Lebensleiste ist fast weg. Beide sind gleich tot. Komm schon. Ja, er ist weg und Mega-Fretty gleich auch. Oh. Heilige Scheiße. Das war ein Stück. Alter, Vater, ey. So, okay. Du bist jedenfalls easy. Du bist easy. Den Devil-Deal können wir auch mitnehmen. Wir haben ja ein rotes Herzchen. Äh, ich weiß nur noch nicht, ob wir das machen sollten. Je nachdem, wie gut der Devil-Deal ist. Oh, Babylon. Ich muss es einfach mitnehmen, oder? Okay, wir sind safe. Okay, wir sind safe. Ai, ai, ai. Geil. Okay, jetzt müssen wir. Was machen wir jetzt? Wir gucken mal. Wir versuchen mal, den Typen zu sprengen und den Geheimraum aufzusprengen. Spinnis. Wow. Okay, nehme ich einen Schlüssel für die nächste Ebene mit. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Wir werden hier jetzt vier Münzen spawnen, ne? Okay, zum Glück nicht. Ai, ai, ai. Okay. Okay. So, gehen wir rein. My Reflections. Oh, nee. Nee, 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 nee. Das nehme ich nicht mit, Leute. Das nehme ich nicht mit. Eindeutig nicht. Aber das nehme ich mit. Evil Range und Shot Speed Up. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und da sind zwei schöne Damage-Items. Oh, ich glaube, ich nehme als nächstes das hier mit. Das andere gibt noch Range ab, ne? Aber das gibt mir Challenge-Gegner. Ah, ich weiß noch nicht, was ich mache. Wir gehen erstmal hier rein. Haben zwei Pillen. Äh, drei Pillen. Also insgesamt zweimal die gleiche Pille. Okay. Icon See Forever nehme ich mal mit in die nächste Ebene. Damit wir in der nächsten Ebene auch wissen, wo der Geheimraum ist. Und der Geheimraum ist da unten irgendwo. Cool. Gut. Wir machen jetzt die nächste Ebene. Oh Gott, oh Gott. Oh, das war nur einer von denen? Oh, lol. Hab ich nicht erwartet. Hab ich echt nicht erwartet. Ich dachte, das sind zwei. Zwei Kakaopänen. Gott, oh Gott. Okay. Oh, Treubomben. Oh, lol, Treubomben. Überall Treubomben. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das kam, oh Gott, unerwartet. Das habe ich One-Hit-I? Wow, ich One-Hit-I diese Fliegen. Das ist cool. Also, unser Damage stimmt mit Half-Babylon und dem Book of Belial. Book of Belial. Oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Ich glaube, es ist Book of Belial, aber ich sage immer Book of Belial. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, komm. Das ist eine super Form. Eigentlich müssen wir nur ihn hier angreifen. Und er sprengt dann gleich sein... Doch nicht. Okay. Er sprengt doch nicht seinen Kumpel. Eieiei. Okay, hier ist noch eine... Ein Pilz. Der nicht geschossen hat. Sehr geil. Huh, das war knapp. Das war sehr knapp. Weil nehme ich eins von den Damage-Ups mit? Eigentlich sind sie... Okay. Platz-Klott wäre halt eine Idee, ne? Aber das ist halt auch kein wirkliches Damage-Up. Da macht eine Träne von uns mehr Schaden. Also, entweder die linke oder die rechte Träne. Ich weiß es nicht genau. Wir machen jetzt erstmal den Boss. Double Monstro. Okay. Was kommt gleich noch dazu? Irgendwas Schönes? Ich hoffe, irgendwas, was nicht so viel... So nervig ist. Okay, wir haben den ersten Monster besiegt. Okay, eigentlich... Okay, das ist okay. Eigentlich könnte der uns helfen, Monster zu besiegen, ne? Okay, komm. Schieß mal. Schieß, 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 schieß. Oh, schieß doch. Hier, schieß. Ja! Okay, das war super. Das war sehr genett von dir. Danke. Eine Münze fehlt uns. Oh, das ist gemein. Das ist echt gemein. Au, ah, ii. Uh. Dass ich da nicht getroffen wurde, Alter. Okay. Komm. Nice, 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 nice. Wir müssen noch in dem Geheimraum noch auf ein weiteres... Eine weitere Münze hoffen. Dann könnten wir uns... Beide Damage abscholen. Das wäre natürlich super geil. Devil Deal. Was haben wir hier? Gappis Tail. Brauchen wir nicht. Ist zwar ein Gappi... Oh, nice. Ist zwar ein Gappi-Item, aber... Mein Leben ist mir da doch schon ein bisschen wichtiger, würde ich sagen. So, hier. Äh, ein bisschen Piercing-Shots. Zwischendurch mal. Ist, ist geil. Nehme ich gern mit. Was geht das eigentlich mit unserem Lack? Ich weiß es nicht. Okay, was nehme ich lieber mit? Ähm. Mehr Challenge-Gegner. Ja, wenn wir Damage haben, dann haben wir auch Challenge... Ah, ist okay. Okay, und ich nehme die Black Candle mit. Heilige Kacke. Scheiß auf das andere Item, ey. Huh. Nice. Wir haben leider keinen Schlüssel gerade. Aber das ist okay. Wir werden die Münze noch bekommen. Ist mein Sound an? Ja, okay. Huh. Alles noch an. I can see forever. Eingesetzt. Ne. Ich behalte meine Piercing-Shots. Da ist nicht echt Cancer. Oh, ich will Cancer haben. Was macht die nochmal? Konsum... Oh, wir können zwei... Oh. Oh. Das ist natürlich geil. Und das Juicy Juice... Oh. Jesus Juice meine ich. Ach komm. Ich habe keine Bombe. Ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Genau, Ernst. Nicht dein Ernst. Ich brauche eine Bombe. Okay. 18 Münzen und eine Bombe. Wäre super. Ach, genau. Und... Oh, warte. 23 Münzen brauche ich. Weil wir uns auch noch einen Schlüssel kaufen müssen. Oh, scheiße. Aua. Cancer wäre halt jetzt richtig geil. Oh Gott. Ich bin genau... Was? Okay. Ein bisschen leben wir auch nicht. Muss ich ja sagen. Wir kommen gleich irgendwie im Itemraum PJs oder so. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Gibt es eigentlich so eine Baby-Transformation? Also die Puppe haben. Äh... Diese Baby-Doll. Den Schnuller. Und noch irgendwas. Komm. Genau, rennen wir hier lang. Sehr geil. Nett von dir. Oh Gott. Ich will erstmal den hier besiegen. Danke. Okay. Die sind easy mit unserem Damage. Sind ganz einfach. Hat dich Bokofbelial schon eingesetzt? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir gönnen uns jetzt Cancer. Und einen Schlüssel. Hoffen, dass wir noch genug... Äh... Genug genug... Geld zusammenbekommen. Da oben ist ein blauer Stein. Den würde ich auch ganz gerne haben eigentlich. Oh Mann. Okay. Wir müssen... ... 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 ich. Das piept super gegen, ey. Ohne Witz. Ja, okay, machen wir jetzt noch den... Ja, wir machen jetzt erst den Devil Deal. Das war vielleicht dumm. Wir haben eh kein Leben, um Devil Deal mitzunehmen. Das ist das Problem. Okay. Aber ich wollte halt meine Aufladung nicht verschwenden, ne? Also mein Effekt vom Book of Belial. Ja, Belial. Belial. Whatever. Okay, den haben wir. Okay, den haben wir gleich. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ja, wir haben ihn. Okay. Sehr geil. Okay, wir haben eine Runen. Das ist alles okay. Haglas und Degas. Oh, geil. Ein blaues Herzchen, ey. Das ist schön. So, erst mal in den Geheimraum. Waren wir schon im Geheimraum? Ach ja, der war im Shop, ne? Stimmt. Okay. Äh, und Haglas können wir gleich mit dem blauen Stein einsetzen. Stimmt. Wir können uns Jesus-Juice kaufen. Schön. Noch ein bisschen Damage ab. Oh, herrlich. Blauen Stein zerstören. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Mann. Puh. Tears ab. Schön. So, wir haben den niedrigsten Tierdelay. Wir brauchen kein Tierstar mehr. Da ist... Oh, das will ich haben. Aber ich komme noch nicht hin. Ähm... Gut. Was brauche ich hiervon denn? Nichts. Okay, hier auf der Ebene können wir unser Geld sparen. Weil wir könnten auch ein bisschen rerollen, bis wir ein paar blaue Herzchen finden, weil das wäre eigentlich so... Äh, am besten... Dass ich da nicht getroffen wurde, alter. Huh. Okay, den haben wir. Huh. Hallo. Und... Superform. Bye-bye. Doch nicht. Er lebt noch. Okay, ich habe ihn getroffen. Skill-mäßig. Irgendwie. Ich weiß auch nicht wie. Okay. 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 Komm. Geist, doch auf. Danke. Okay. Okay. Oh Gott. Laser-Augen. Okay. Huh. Superform von dem Ding. Okay. Ich hasse diese Gegner, ne? Die sind so nervig. Die sind so anstrengend. Okay. Noch mehr Laser-Augen. Ist das dein Ernst? Noch mehr von diesen Gegnern, die anstrengend sind. Ist das dein Ernst? Aber ich komme mir gut durch, ne? Ich wurde noch nicht getroffen, heute. Huh. Also, hier. In dieser Ebene, meine ich jetzt. Wo ist er? Da ist er. Okay. Ich glaube, wir machen gleich weiter. Ist das dein Ernst? Ist grad nicht cool. Superform von Brode. Ist das dein Ernst, ey? Kann doch nicht... Kann nicht dein Ernst sein, Alter. Aua. Ich glaube, wir sind hier tot. Und auch noch nicht. Okay. Je nachdem, was jetzt kommt. Oh, ein Double Monstrum. Ne. Ein Monstrum 2 und der Typ. Das ist auch geil. Okay. Den haben wir. Und nur noch Monstrum. Nur noch Monstrum 2. Wir müssen gleich re-rollen. Bis wir irgendwas Gutes bekommen. Ohne Witz. Jetzt bin ich am Arsch. Ja, komm. Schießt den Rimstone. Genau. Schön. So kann ich dich besiegen. Sehr geil. Huh. Ei, 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 ei. Komm. Irgendwie blaue Herzchen, bitte. Gib mir blaue Herzchen. Tears ab. Brauchen wir nicht mehr. BH die Squeezy Tears. Ich brauche Geld. Scheiße. Bomben. Oh mein Gott. Ist das gerade dein Ernst? Gibt es mir gerade echt die Chance... Es macht hier es ab. Ich weiß. Aber es gibt noch drei blaue Herzchen, glaube ich. Oder zwei. Eins von beiden. Ich weiß nicht genau. Was? Ist das dein Ernst? Gibt es mir nicht die Chance auf Geld? Okay. Wo könnte der Geheimraum sein? Da oben könnte er sein. Aber das ist... Okay. Ich teste erstmal. Ist hier der Geheimraum? Nein. Ist hier der Geheimraum? Ja. Okay. Komm, Geld. Blaue Herzchen. Okay. Ist auch geil. Ist auch geil. So. Was machen wir jetzt? Wir brauchen irgendwie Geld. Kommen... Bekommen wir hier irgendein... Aua. Ist das dein Ernst? Nein. Wir bekommen keine zwei Münzen mehr. Okay. Was mache ich jetzt? Wir machen jetzt erstmal den Devil-Deal. Und gucken mal. Vielleicht haben wir da... Aua. Vielleicht haben wir da ja auch wieder Feuer. Was uns, äh... Noch zwei Münzen geben kann. Das wäre natürlich sehr geil. Oh Gott, ey. Okay. Okay. Konzentration. Oh Gott, er schießt einen Brimstone. Warum schießt er den Brimstone? Das ist dein Ernst? Oh Gott, der andere ist auch gesprungen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, dass ich weggegangen bin. Oh Gott, ey. Könnt ihr euch gegenseitig erledigen? Das wäre echt super. Okay, wir haben den ersten. Okay. Huh. Oh, bitte nur kein Krampus, Alter. Natürlich ist es Krampus. Er schießt gerade. Okay. Kann man irgendwo ran sehen, dass er gerade oder schräg schießt? Aber wir können hier Geld drin haben. Komm, gib mir Geld. Komm schon. Nein. Was ist das denn ernst? Hm. Gut, dann würde ich sagen, rerollen wir nochmal. Und bekommen blaue Herzchen. Oh Gott. Okay. In die nächste Ebene. Oh Gott, oh Gott. Unsere letzte Ebene mit einem Itemraum. Und wir haben einen Schlüssel im Angebot. Das ist sehr geil. Das ist ja geil. Darauf habe ich gerade gehofft. Irgendwie. Und ich würde gerne die Spider-Mod haben. Würde ich die Spider-Mod gerne haben? Eigentlich nein. Irgendwie doch nicht. Eigentlich würde ich nichts davon gerne haben. Hm. Was haben wir? Missing. Oh, nee. Geh weg damit, Alter. So, hier. Die ist ein Shot-Speed-Up. Ja, gut. Oh, wir können... Oh. Stimmt, dadurch, dass wir Känzer haben. Wenn wir Känzer ablegen würden, hätten wir kein 5er-Tiers-Up. Also kein 5er-Tier-Delay. Glaube ich. Und deswegen haben wir jetzt... Oder bekommen wir noch niedrigeren. Oh, cool. Okay. Da ist... Okay. Dich würde ich danke. Oh, Gott. Hallo. Ihr Geister. Ich will kein Damage bekommen. Oh, Gott. Ich muss meine Herzen aufsparen. Oh, Gott. Oh, Gott. Hey. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Komm. Irgendwenn würde ich da unten sprengen. Bei den toten Köpfen. Okay, das war dumm. Jetzt aber den. Nein. Oh, kommt schon. Oh, nur noch der Pilz da unten lebt. Okay. Huh. So, mir the world. Gibt uns das... Nein. Das zeigt uns nicht den geheimen Raum. Ähm. Ich glaube, ich re-roll. Tatsächlich. Komm schon. Irgendwas Gutes. Ja gut, den One-Up. Oder Wafer. Oh, ich will den Wafer, aber wir bekommen nicht mehr genug Geld, oder? Bekommen wir noch genug Geld, bitte? Lass mich noch genug Geld bekommen, Alter. Der Wafer wäre super, dann kriegen wir nämlich nur noch ein komplett... Also nur noch ein halbes Herz den Schaden. Mehr nicht. Von allem. Von Superform von allem kriegen wir nur noch ein halbes Herz den Schaden. Was sehr geil ist eigentlich. Komm. Wir haben gutes Shot Speed. Das ist auch schön. Aber wir bekommen ihn nicht, oder? Nein, es fehlen drei Münzen. Oh, ich hoffe wir... Aua. Wir bekommen was Gutes im Devil Deal. Irgendwie... Aua. Digga. Vier Wreckmans. Das ist unfair. Wow. Komm, Geld. Liebe Geld. Aber Judas Shadow ist das, ne? Oh, ich nehme Judas Shadow mit. Nochmal ein Damage-Multiplizierer, glaube ich, oder? Also auf jeden Fall Damage ab. Und wir haben keine Chance mehr, ne? Gut, dann gehen wir jetzt runter an die nächste Ebene. Ja, wir müssen... Oh, nee. Kann ich nicht machen, Alter. Ich kann doch nicht Missing damit nehmen. Hier vielleicht noch zwei Münzen. Das wäre geil. Oh, bitte. Ein Daim oder so. Oh, Mann. Nichts. Dein Ernst? Doch, komm schon. Mann, bin ich schlecht beleuchtet. Merke ich jetzt erst. Hat sich immer noch nicht viel gebessert, aber egal. Passt schon irgendwie. Jetzt haben wir hier Schlüssel. Karteneffekte werden doppelt eingesetzt. Brauche ich alles nicht. Ähm. Ich reroll mal. Alter. Brauche ich auch nicht. Die Non-How. Brauche ich auch nicht. Blaue Herzchen. Gut. Wir können uns hier ganz viele blaue Herzchen farmen. Wir haben genug Damage eigentlich. Wir haben genug... Alles eigentlich. Wir haben alles genug eigentlich. Also... Gut. Leben. Halt. Ne? Leben fehlt uns. Wir haben ein gutes Tier. Delay. Sag ich mal. Und... Wir haben alles. Es ist alles okay. Alles gut hier. Okay. Wir dürfen uns nicht von Greed treffen lassen. Ist noch einer gespawnt, Alter. Ist das dein Ernst? Was haben wir hier jetzt? Okay. Oh! Komm! Dein Ernst! Okay. Den haben wir. Und den haben wir auch. Okay. Sünden. Okay. Zweimal den gleichen, ne? Ja. Hey. Bye. Oh nein, ich wurde getroffen. Wir können uns ein paar blaue Herzchen kaufen. Eins. Zwei. Drei. Okay. Beleil einsetzen. Beleil. Und... Was? Das war gemein. Das war richtig gemein. Oh, Leute. Hey. Hier, ne? Alles gut. So, wir müssen jetzt den Devil hier machen. Wir bekommen Double Drain, Stain, whatever. Nein, der explodiert. Okay. Wo ist er? Da ist der Erste. Da ist der Andere. Okay. Alle hier. Alle beide. Sehr gut. Ist halt schwer, die in den Augen zu behalten. Okay. Schwarze Herzchen. Das ist gut. Ist annehmbar. Und ne Träubombe. Uh. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch zwei blaue Herzchen. Und... Unser Space-Item ist aufgeladen. Alles gut. Okay. Wir können... Mit dem Leben, mit dem Damage, mit den Tränen, könnten wir... Oh Gott, 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 oh Gott. Könnten wir es schaffen, Greedia zu besiegen. 20er Damage, 3er Teardelay, ist auf jeden Fall total in Ordnung. Ja, Bomben, oh, das hoffe ich immer. Genau. Kein Geld gespawnt. Leider, schade. Aber der Wafer wäre halt schön gewesen, ne? Der Wafer wäre halt noch eine schöne Sache gewesen. Aber... Naja, man kann nicht alles haben. Oh Gott. Oh Gott. Ist da oben noch... Oh, da oben... Nein, da waren noch zwei Schlüssel. Ist das deine Ernte? Kann doch nicht wahr, Stein. Okay, komm. Jetzt bauen wir noch ein paar Bomben, das wäre super. Damit du hier oben ein bisschen was sprengen kannst. Nicht leben. Nein, 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 er hat ein Herzchen bekommen. Damit ich halt noch ein bisschen mehr Geld habe, um den Automaten ein bisschen vollzufüllen, wisst ihr? Das ist eigentlich ganz geil. Eieiei. Oh Gott. Okay. Hului. Ja, das ist genau das, worauf ich warte, Alter. Oh ja. Geh mal weg. Geh mal weg. Genau. Dass ich leider gerade nicht getroffen wurde, Alter, das ist ein bisschen verwunderlich. Okay. Hab nichts gesagt. Ah, wir haben ja noch Giftbomben. Stimmt. Und unsere Trollbomben sind auch Giftbomben. Cool. Das ist nice. Das ist sehr geil eigentlich. Ah, ah. Okay. Das heißt, wir haben die Chance, Ultra-Greed... Ultra-Greedier zu vergiften, falls wir getroffen werden. Alter. Jetzt langsam rastet der Redi aus, du. Oh, lol. Komm, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Gleich haben wir ihn. Wir haben ihn. Huh, okay. Greed haben wir schon mal. Ultra-Greed. Jetzt kommt nur noch Greedier. Oh, lol. Aua. Kommt der. Okay. Ich muss am besten hier gegenüber von ihm stehen bleiben. Aua. Okay, wir kriegen ein bisschen viel Damage. Die explodieren. Ich vergesse es immer wieder. Er springt. Okay. Konzentration. Konzentration. Okay. Wir haben eine gute Range und alles. Also von daher. Okay, er springt. Habt ihr es gesehen. Nein. Die Steinspur war ich gerade nicht vorbereitet. Springt schon wieder? Okay. Springt schon wieder. Kannst du mal auf ihn zu springen? Ja, das ist schon besser. Den Angriff musst du die ganze Zeit machen am besten. Komm. Nein, nicht den. Aber ich merke mir, dass es alles explodiert, was er runterfallen lässt. Okay, er lässt Bomben fallen. Okay. Ist nicht gesprungen. Ist noch nicht gesprungen. Das haben wir doch nicht das Geld auf, Alter. Oh Gott. Oh Gott, Bomben. Aua, die explodieren. Scheiße. Bomben, Bomben. Aua. Hi. Ah. Uh. Die explodieren. Nein. Okay, langsam reicht's. Aber wir haben ihn gleich. Nein, die explodieren. Da unten ist er. Wir haben ihn. Heilige Scheiße. Eye of Belial freigeschaltet. Oh. 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 Alter, Vater. Mit einem Herzchen noch. Ey. Scheiße. Das war close. You're unlocked. Special hanging shopkeepers. Cool. Alter. Das war schon gerade eine schwere Geburt, ey. Ich hab auch richtig mitgefiebert. Oh Mann. Scheiße. Ich hab euch das Ending zeigen können. Shit. Okay. Egal. Geil. Puh. Okay. Okay. Gut. Man muss den Greed-Mode nicht mehr machen. Nur noch Greedier-Modus. Okay. Wir müssen mit Judas nur noch Blue Baby und Mega-Satan besiegen. Geil. Geil. Als nächstes gehen wir mal mit Kane, glaube ich, in die Kathedrale, oder? Ich glaube mit Kane oder mit Maggie in die Kathedrale. Das ist ja auch eine Idee. War das mit Eve? Ich weiß es noch nicht. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Puh. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Na.